Radio PSR, Sachsensachs, 100% Supermix für 100% Sachsensachs, Miley Cyrus würde so gern auf Sächsisch singen. Und so würde das klingen. Wie doll, wie schön wir uns verstehen und nie, nie haben wir Streit. E-Kuss, e-Schmatz, mein süßer Schatz, e-ja, traute Zweisamkeit. Glaub mir jedes Wort, ich geh niemals fort, du bist für immer mein. Doch es gibt da was, da wär ich ganz blass, lass das doch bitte sein. Willst du, dass ich verrecken soll? Wieso gibt's heute Rosenkoll? Oh, jetzt knatter ich den Bude voll. Oh, und wie das hier riecht, oh, äh, 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 äh. Mensch, ich war drachend Rosenkoll. Ich will mich gerade gar niemals. Hol mir den Paracenter mal. Gehnt sie vom Fahrzeug weg. So, Andy. Ja? Komm rein, mein Freund. Ja, steig endlich rein, Junge. Aber fahr mal bitte dein, äh, Auto mal auf die Seite, bitte, danke. So. So. Soll ich mein Mercedes jetzt auch noch holen und in den hinten dran stellen? Äh, nee, nee, ich würd sagen, ein Fahrzeug vorne reicht. Aber dann kommen sie von hinten, von vorne kommen sie eh nicht. Ah, nee, wo bist du? Äh, ja, es geht aber da. Achso, hier, äh, Hans. Oh, wer da? Funk ist 54, ne? Ich würd sagen, ein Fahrzeug reicht. Oh, hab ich. Jo, mein, hallo. Ja, sind wir E2 Fahrzeuge. Tschüss, tschüss. Jo, und Andy. Du bist mit welchem Fahrzeug bist du unterwegs? Ist jemals hier noch auf dem Kanal? Keine Ahnung. Allerweise fährt nur der Fahrzeug. Meine Mutti nicht. Ja, dann seh mal zu, dass du hier reinkommst, mein Freund, ne? Ich hab Kabelbinde dabei. Ja. Dann fahren wir... Dann fahren wir... Moin. 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 Moin, Ani. Was geht? Ani, du Nummer 1, was sollst du? So, alle klar, wir fahren jetzt in die Disco. Ich denke, man sieht es ja, du hast auch gut vorgesorgt, ne? Heute lassen wir es mal richtig knacken. Ja, warte. Müssen wir hier noch den Jungs Bescheid sagen? Herr Chauffeur. Ja? Was ist denn nun mit Prosecco und so? Ja, der Herr Kollege kann Ihnen Prosecco geben. Oh, ja. Wir fahren jetzt aber auch los. Mach mal. Oh, yeah. So, ich mach mal ein Radio an. Ist Rauchen erlaubt, oder was? Nein. Aber Herr Chauffeur, ich mach mal Radio an. Nur hier, die Radio PSR Sachsen-Songs. 100% Supermix für 100% Sachsen. Miley Cyrus würde so gern auf Sächsisch singen. Und so würde das klingen. Wie doll, wie schön, wir uns verstehen und nie, nie haben wir Streit. Äh, Kuss, äh, Schmatz, mein süßer Schatz, äh, ja, traute Zweisamkeit. Glaub mir jedes Wort. Ich geh niemals fort. Du bist für immer mein, doch es gibt da was, da wär ich ganz blass, lass das doch bitte sein. Willst du, dass ich verrecken soll? Wieso gibt's heute Rosenkoll? Oh, jetzt knatter ich den Bude voll, oh und wie das hier riecht, oh äh 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 äh. Mensch, ich war drachend Rosenkoll, ich will mich gerade gar nemal, hole mir ne Parazentergall, aber nie wieder kall. Oh äh 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 äh, ich bin fair, oh äh äh äh. Ja heute spielen wir richtig fett am Mocken, ne? Oh... Schisch-Kebab, dünner Schaufelsauce und Falafel auch. Kebab hat noch nie gelogen und liegt gut im Bauch. Wir laufen rum und die Bäm-Büchse ist schon lang leer. Der Machen knurrt wie im Mops beim Hundefriseur. Wir schwanken eben mal zum Kühlschrank, pfeifen irgendwas rein. Ne Tüte voll Schwein, uns fällt nichts besseres ein. Doch das meiste fertig essen schmeckt wie frisch überfahren. Oder wie schon mal gegessen und im Kühlschrank seit Jahren. Und die Tante vom Drive-In ist leider unheimlich doof. Die fällt dauernd ausm Fenster und dann liegt sie im Hof. Und unsere Unterkunft ist so verramscht, wir finden nichts mehr. Keinen Hammer, keine Zange, keinen Dosenöffner. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur im Ranzen das Turm. Wir gehen dann zum Dönermann, den alle Nachbarn so loben. Schisch-Kebab. Schisch-Kebab. Hühnerscharfelsauce und Falafel auch. Nimm statt Rauschgift oder Drogen. Blattsalat und Kraut. Ich seh den Grill von oben. Und alles liegt schon drauf. Mir kommt Knoblauch aus den Ohren und Ohren. Da natürlich auch. Musik Lass die Stromkommende in die Verität nicht um. Musik Wir sehen die Vögel. Musik Möchte, die Stromkommende. Ja, gleich sehen wir schon. florida body geht da der also durfte man hier rauchen alles klar alles klar da kann gar nichts sein boah siehst du aus aber mit der limousine ist bisschen schwierig die machen das schon ich sehe sowieso alles doppelt gar nichts was hast du gesagt ich sehe gar nichts du weißt aber schon dass wir gleich aufsteigen müssen wir haben derzeit drei personen als vip gäste wenn hier drei personen sind wer ist und der vierte da user in your channel timed out ich glaube das ist gerade recht für unbefreundet das ist gerade recht für unbefreundet ich glaube da ist gerade recht für unbefreundet wir sind das ist ein bisschen los das ist ein bisschen los das ist der liebe die 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 Gezeigt, dass es uns bleibt Atemlos durch die Nacht Ist ein Mörder-Tag erwacht Atemlos, ein Verbrauch Deine Augen ziehen mich auf Atemlos durch die Nacht Spür, was Liebe mit uns macht Atemlos durch die Stimme frei Prostes Geh und Gültes Heil Wir sind heute ewig Tausend gibt's Gefühle Alles was ich bin, teile ich mit dir Wieso drum zockt wenn mich Ehe mit mir, sterb ich Komm mit meiner Hand und geh mit mir Gleich da, kurz vor der Disco Komm wir steigen auf das öfste Dach dieser Welt Halten einfach fest, was uns zusammen hängt War auch so gegen den... Oh das ist der kaputte Helix Er war kaputt Und ihre Outava Oh 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 »Alles das ich will« » survival« »andir!« »Andir!« Was hast du denn für einen Händler gemacht? User joined your channel. Die sind doch schon angetrunken, ey. Ich gerne einmal ihren Ausweis bitte gesehen. Wo kommt denn hin? Gut. Boah, wie schockend. Jawohl. Moin. Ich bin der DJ. Dann können sie gleich. Wohing. Wie geht das? Wie kann ich denn machen? Boah, ich bin noch total breit. So, dann schauen wir mal. Wir testen das. Ich teste das mal eben kurz, ja. Wenn die anderen rein dürfen, okay? Ja. Warum? Ja. 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 Komm, zieh dich warm an, nimm immer Handschuhe Mensch, du wirst dich ohne Verkühlen Jammer mir dann, nette Ohren voll Denn wer ne hören will, merke, der muss fühlen